Liebe Zuseher, herzlich willkommen hier am Hauser Kaibling. Die Almskihüttenwirte heißen Sie herzlich willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Grüß euch, ich bin die Barbara Stocker von der Schmidhütten. Wir sind hier auf 1500 Meter. Wir verkaufen hier oben unsere eigenen Produkte aus der Landwirtschaft. Das ist Rindfleisch sowie Wild. Wir haben täglich Après-Ski ab 15 Uhr. Da haben wir verschiedene Highlights, ein Beispiel 10-Seite-T-Shirt gratis. Im Sommer findet ihr uns hier in der Schmidalm im Bumpental. Da haben wir das Fischen über die Sommerkarte. Das Fischen ist gratis, die Fische werden zubereitet. Hallo, grüß euch. Ich bin der Harry. Das ist meine Frau, die Gerte. Uns gehört da das Harris-Lerchen-Babylon. Wir sind da hier in der Kaibling-Alm beim neuen Almlift, 6SS-Lift, was neu gebaut worden ist. Wir haben einen wunderbaren schönen Tag heute und eine wunderbare schöne Piste da oben. Und ich würde euch recht herzlich begrüßen, wenn ihr euch bei uns einmal anschauen lasst. Grüß euch, da ist der Erwin von der Kaibling-Alm. Ich möchte euch herzlich begrüßen auf meiner Panorama-Sonnenterrassen. Wir sehen das gewaltige Panorama mit einem Dochstar-Bischofsmützen im Hintergrund. Das Besondere auf der Kaibling-Alm ist, dass wir die einzigen Hütten sind in der Region ohne Musikbeschallung, damit die Gäste auf der Terrasse das herrliche Panorama in Ruhe genießen können. Musik Ich darf euch herzlich begrüßen bei mir auf der Krummholzhütten. Ich bin die Wirtin, die Margit, schon seit 38 Jahren da. Mit besonderer Freude habe ich natürlich voriges Jahr eine ganz besondere Auszeichnung gekriegt, den Award für die beliebteste Skihütte in den gesamten Alpen. Bekannt bin ich natürlich auch mit meinem berühmten Zirbenschnapseln. Und damit mein Schnupfen ein bisschen besser wird, werde ich jetzt mit Daniel ansteßen. Prost, Daniel. Prost, Hund. Grüß euch, ich bin der Xander, ihr seid heute auf der Steckhütten. Wir bieten euch ein Spanferki mit Knädel und Kraut, frisch vom Grill, Steiragropfen, Knädel und Kraut, so wie es die Oma gemacht hat, frisch rausgebrochen und so ziemlich das beste Bratl am Berg. Für alle Nicht-Skifahrer, zu uns könnt ihr mit dem Auto herfahren. Oder wenn es einmal ein bisschen länger gedauert hat und ein, zwei Schnapsel zu viel gewinnen sind, mit dem Taxi in Kult lassen. Feierdinkt. Ich bin der Wagen über Christens und Gundelstübel. Unsere Spezialität sind Schweinebraten, Schnitzel und Cordon Bleu, auch Käsespätzle. Ich bin der Wagen über Christens und Gundelstübel. Und vielleicht probiert es Finger von Asien oder Finger von Italien. Grüß euch, ich bin die Martina von Plotziers. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Und vielleicht probiert es Finger von Asien oder Finger von Italien. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. So, grüß euch. Ich möchte euch hier begrüßen. Auf der Schorn hinten ist bekannt, rund um den Dom. Wir machen auf diesem Berg das beste Abra-Ski. Und hier hinten ist sehr bekannt auch durchs Nageln. Wir haben drei in der Spitzenzeit sogar vier Nagelstöcke herinnen. Und wir werden euch jetzt zeigen mit Stammgästen von mir aus Holland. 23 Jahre sind sie schon meine Stammgäste. Und mit der werden wir jetzt hören nageln. Auf geht's! Auf geht's! So liebe Zuseher, wir freuen uns, wenn wir eng bald am Haus der Keibling am Berg mit den schönsten Pisten und den tollen Almskihütten sehen. Prost!